Ja Freunde und damit Willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Da kommt schon der Gashi in Wallung hier, denn wir wollen mal gucken, was der so treibt. Ist ja hier eigentlich eine Kirche. Ich hab mir schon gedacht, wir wären bei uns zu Hause, aber die Kirchen, ja, die sind ja auch kopiert, ist alles gleich. Da ist er schon. Tada. Guck an, der Gashi macht sich doch ganz gut. Was geil wäre, ne, wäre wirklich, wenn wir wirklich so ein richtiges Survival-Spiel da draus machen. Also im Moment ist es ja noch nicht so richtig, Survival, weil, ähm, die Leute kriegen ja so viel Zeug, so viel Loot und Sachen und sowas, dass die eigentlich gar nicht so, die haben es halt nicht schwierig zu überleben, sag ich mal. Ich hatte das ja schon oft genug erklärt, warum ich das so eingestellt hab, dass die, dass die hier nicht hungern sollen, dass die hier genug Benzin haben, dass die hier genug Waffen und Munition finden und Geld und sowas, ne. Das liegt ja einfach nur daran, weil das Spiel halt noch nicht so weit entwickelt ist. Aber wenn das mal ein bisschen weiter fortgeschritten ist und das ganze System stabiler läuft, dann kann das gut sein, dass ich das ein bisschen weiter runter stelle, ja, dass ihr da Bescheid wisst. Also, äh, guck mal, wenn er die paar Sachen jetzt hier hat und dann gleich durch den Bug wieder alles verliert und sowas, ne, also, das ist immer schwierig. Also, ja, deswegen, ich wünsche mir natürlich, dass die Sachen nicht einfach verschwinden. Die verschwinden ja leider sehr oft, also durch Bugs verlieren die Spieler immer ganz viel Zeug. Unter Umständen und auch, ja, wenn du kein Dings hier hast in deinem Kompass, der hat kein Leichensymbol oder sowas, ne. Also, deine Sache, die kann noch da sein, aber du findest sie einfach nicht wieder. Wie willst du die denn wiederfinden? Das ist auch das erste Spiel, was kein Leichensymbol hat irgendwie, oder? Ich kenn eigentlich kein anderes. Man findet überall anständig seine Leiche wieder. Entweder das oder du fängst mit deinem Charakter so wieder an, wie du gestorben bist. Aber hier ist jedes Mal Ende im Gelände. Das Hardcore, Hardcore Survival, das bedeutet ja einfach nur, dass man hier alles immer verliert irgendwie, ne. Und das finde ich ein bisschen doof. Ich hätte das gerne ein bisschen anders eingestellt. Vielleicht kriegen wir das ja noch, ne. Guck mal, hier Wutgashi oder was. Ist alles vernagelt und verbrettert. Wie spät haben wir es? Oh, 15.15 Uhr, Leute. Da haben wir ja Glück gehabt, dass der Server gerade rebooted war. So. Krödeln die Spieler gerade ein. War ja gerade, wie gesagt, reboot. Knapp 20 haben wir drauf. Aber wie gesagt, Leute, ihr seht selbst. Wir scheuen hier keine Kosten und Mühen, um zu sehen, was die Leute so für vernünftige Symptome einleiten. Sag mal, ist die Kamera richtig eingenordnet jetzt oder spinnt die noch? Nö, passt so, ne? Wir müssen davon ausgehen, dass hier Gashi wohnt und das sein Auto ist. So sieht es anscheinend aus, ne. Wo sind wir denn hier? Lass mal sehen. Achso, gleich beim Händler. Ja, gut, das ist die Stadt, wo immer... Hier wohnen viele Leute. Das liegt wahrscheinlich wirklich am Händler. Also ein Händler scheint immer ein attraktiver Nachbar zu sein, sag ich mal so, ne. Hier schwimmt noch ein Bötchen. Hier drüben ist, glaube ich, noch ein Boot abgeschwommen, obwohl, wobei, er ist gerade wieder wahrscheinlich zurückgeholt worden. Das Boot hier, das war hier irgendwie so. Also vorher war das irgendwie hier. Dann schwamm das auf einmal hier, so herrenlos halt, als ob das halt weggetrieben ist oder so. Ich weiß nicht, wie das so zustande kam. Aber normal sollten die einen Anker haben und nicht schwimmen, ne. Aber gut, er hat es jetzt, glaube ich, zurückgeholt, dem, der das da auch gehört. Zumindest ist er jetzt wieder am Rand gelandet. So, wollen wir mal gucken, wer hier noch so rumäumelt, zu Kaffee- und Kuchenzeit. Da sind wir auch schon beim Volvo-Boy. Der Brett hat hier über die Gleise... Der war wahrscheinlich gerade bei dem Zugbahnhof. Kann das sein? Er traut sich raus in die gefährliche Welt. Weil er denkt, am Nachmittag ist hier eh nichts los. Aber, liebe Freunde, wie gesagt, jetzt haben wir schon um 15.20 Uhr Leute roundabout drauf. Da fehlt nicht mehr viel, um sagen zu können, der Server ist halb voll. Aber die Map ist halt groß. Aber wie gesagt, man fixt... Alle Spieler sind ja fixiert auf diese Lootspots. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich ein bisschen größer, dass man dort auf andere Spieler treffen könnte. Aber warum sollte man auch Angst haben? Wir sind es ja gewohnt, immer alle Sachen zu verlieren. Und ich selber persönlich finde es eigentlich besser, die Klamotten, die ich gesammelt habe, kriegt ein anderer Spieler, als das einfach wegbackt. Und das Spiel hat dann einfach alles gefressen, weißt du? So machst du wenigstens noch jemanden glücklich, in Anführungsstrichen, wenn der denn die Klamotten von dir bekommt, ne? So, wo geht's hin, Volvo Boy? In eine Safe Zone zurück, oder was? Das ist die Waffenfabrik hier, guck mal. Los, voll, wobei, jetzt gehe ich hier looten. Hier ist keiner. Ich sehe hier zumindest keinen. Vielleicht will er ja hier... Ja, ja. Nimmt den Kurzen weg. Eine Strategie geht auf, zur Kaffee- und Kuchenzeit die gefährlichen Orte aufzusuchen. Es klappt anscheinend. Hier ist keiner, hat da Glück gehabt. Schade aber auch, für uns hier im Video, wie gesagt, ich wünsche mir auch immer ein bisschen Action zu sehen. Ich muss darauf nochmal wirklich bestehen, dass ihr auch versteht, dass nur, weil, wenn ich hier filme oder sowas, dass da, wenn da denn keine Action ist oder sowas, ne? Dass da nicht, dass das nicht heißt, dass hier auf dem Server gar keine Action ist. Wir sehen sie nur nicht. Das ist halt so. Ich kann ja nicht bei jedem immer sein. 24 Stunden, 7. Ne? Meistens ist es sowieso abends immer, wenn ich live stream oder was weiß ich was, dann ist es mehr Halligalli. Oder sogar nachts und so, ne? Man munkelt halt. Ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Jawohl, wobei, der sieht das ja nicht, dass das hier keiner ist. Das heißt, dieses Gefühl, es könnte jetzt da jemand sein. Das hat er ja die ganze Zeit, ne? Das ist ja das Kribbeln halt, wisst ihr? Das ist ja die Sache, die das ausmacht. Es könnte ja immer einer da sein. Du weißt es halt einfach nicht. Ne? Wieso fährt er denn jetzt zurück? Er wird sein Auto verstecken, oder was? Hm. Ist ja merkwürdig. Ja, die Wand ist heile. Da kommst du nicht rein. Du Nasenbär. Vielleicht aufs Autodach und dann rüber? Er war wohl lange nicht hier, wa? Er scheint den Standort noch nicht so zu kennen. Das ist alles heile Wände hier bei der Waffenfabrik, Leute. Ja, da musst du durch den Eingang gehen. Aber jetzt hast du wirklich dein Auto versteckt, gell? Die Waffe im Anschlag. Und das Zombie wurde kurzerhand ruhig gestellt. Jetzt muss Wolfi grinsen. Einen Insider. Piepan. Was denn? Hast du jetzt der wegen Angst, oder was? Ach, Volvo Boy. Zeig mal ein bisschen was. Wir wollen Action sehen. Oh, nee, ne? Zweimal gepiept und er rennt gar nicht schnell weg. Der Piepan schreibt er hier drinnen zu sein. Da ist er, guck. Der pennt doch noch, Mensch. MK18 hat er eine fette. Das Spiel ist schon sehr vorsichtig, ne? Piep, piep. Er hat schon wieder piep, piep gemacht. Er hat unter anderem explodiert. Ja, er ist so ein Single von Piepäden, ne? Ja, die Piepäden haben Bewegungsmelder an sich dran, aber die merken ihre eigene Bewegung nicht, sondern nur die von anderen Spielern halt. So, kriegt er hier auch noch ein Piepan oder so? Ja, bis jetzt ist hier nix. Och, Sniper hat er auch dabei. Oha, der Nächste ist explodiert. Ja, er spielt ja ganz gut, ne? Es könnte ja sein, dass hier irgendwo Spieler sind. Deswegen guckt er so ein bisschen mit dem Zoom-Apparat hin und her. Aber bis jetzt hat er nur den ganzen Zombiehorn hier. Da wird eine Menge Zombies kommen. Ja, hier unsere neun Robbys auch. Da sind sie schon. Wann kommen die denn endlich mal ins Spiel, Mann? Ist das denn so schwierig, die zu machen, oder was? Die anderen mechsten mich aus und dann hol ich nur die hier rein mit Flammenwerfer und so. Das könnte auf jeden Fall spaßig sein. So, wenn man von der Seite guckt, dann sieht das aus wie ein Hunderoboter, ne? Voll geil. Die neun Hunderoboter. Vier Füße da und so. Müssten echt so jetzt zusammen sein hier, ne? Da müsste jetzt was so rüber gehen. Die Dinger sehen auf jeden Fall mächtiger aus. Vielleicht kann man sich später reiten. Lol. Wir sind bei Steffen die Aito gelandet. Ist das unser Steffen oder ist das ein anderer Steffen? Steffen. Mann munkelt, ne? Oh, vier Autos hast du? Bist du allein, oder was? Also da reichen dir aber auch zwei, ne? Wenn du alleine bist. Also ehrlich, da reg ich mich jetzt richtig wieder auf. Server ruckelt aber nicht, oder? Server läuft ja wieder gut, ne? Ja, der hängt irgendwie in der Hängematte, gell? Kommst du noch raus? Die Leute wollen dich sehen, Steffen. Das ist eine kleine Bärenbombe, Alter. Ach, guck mal, der sortiert seine Schränke. Seht ihr das da? Man kann ein bisschen durch die Tür gucken. Ich will jetzt nicht da reinfliegen und ihn stören. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal weiter. Der macht ja hier so seine Hausaufgaben. Ah, Pibo! Guck mal, da haben wir dich auch erwischt. Pibo! Pibo ist veräubt in meinem Mischpult. Was machst du denn hier, du Schlingel? Wir sehen das. Benimm dich. Das ist um 15.30 Uhr. Lodi, siehst du selbst. Hast du da Flaxen an der Mauer gemacht? Was ist das denn? Wie kommt er denn da hoch? Pibo! Wie hast du denn die Schränke da hoch gemacht? Seid ihr schon wieder im Schummeln hier, oder was? Wie geht sowas denn? Das ist ja nicht normal. Leute, was soll ich da jetzt zu sagen? Also erzählt mir mal, wie ist sowas denn jetzt hier? Wie geht das jetzt wieder hier? Da kommst du doch normal niemals hoch. Da kommst du ja hier noch nicht mal hoch, oder? Mit Glück. Vielleicht gerade mal. Aber dann. Pibo! Da hat jemand sein Feuer aufgeschlagen. Guck mal, der hat da ein Bett gebaut. Zwei Schränke. Also da stimmt doch wieder irgendwas nicht. Gibt es da einen neuen Bug, von dem ich nichts weiß, oder was? Kann mir das mal jemand erklären? Wieso? Also. Ihr seid aber auch Knödel. Ich kann mir nur vorstellen, von oben runterfallen. Dann ist er aber tot. Mit dem Flugzeug dagegen fliegen und abspringen. Das wäre die Aufwand doch viel zu groß, oder? Also mit dem Flugzeug dagegen springen und das da machen. Das könnte man mit Glück vielleicht hinkriegen. Aber das ist ja so Baller, Baller. Ja, also irgendwie das. Bis das denn funktioniert. Das dauert ewig. Da hätte ich keinen Bock zu. Also das ist der Pibo. Der hat nämlich ein Flugzeug. Guckt mal, Leute. Der Pibo soll uns mal erklären im Stream abends, was das hier zu bedeuten hat. Leute, ihr seht selbst. Ich bin entsetzt. Ja, derweil läuft der Nova hier entlang. Oder die Novelline scheint eine Dame zu sein. Zumindest vom Charakter her. Bap, 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 bap. Boing. Bap, 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 bap. Ja, das ist manchmal echt nervig, wenn man durch die Gegend fährt oder läuft. Und dann ist da irgendwie ein Stein im Busch und fährst dagegen und so, ne? Die Welt ist ja voller Steine. Ich hatte schon gesagt im Stream, das wäre geil. Wir haben hier eine Spitzhacke. Das wäre doch geil, wenn man die Steine hier so wegkloppen könnte, dann mit der Spitzhacke, weißt du? Oder die Bäume. Stell dir mal vor, wir zersägen hier die Bäume und die wachsen nicht mehr nach. Also ich hoffe mal, das kann man vielleicht mal irgendwann mal einstellen, so serverseitig. Dann würde ich das auf jeden Fall machen, dass die Bäume nicht mehr nachwachsen. Dann machen wir voll die kahle Welt. Das kann ja gut sein, dass das jetzt zu 08 kommt oder so, ich weiß es nicht. Einfach nur, weil wir brauchen ja Ackerfläche, Leute. Wir müssen den Wald roden, ne? Wir wissen das aus der Realität. Wir müssen den ganzen grünen schönen Wald zerstören, um eben Maisfelder oder sowas zu machen. Ey, sind wir hier bei unserer alten Base? Ach, du grüne, neune Nova, hast du dir die Base geschnappt oder was? Tatsächlich, das ist unsere alte Base. Hier sind wir ausgezogen, Leute, da waren wir vorher. Hier ist noch unser Häuschen, das gammelt alles. Er hat neu gebaut. Interessant, interessant. Boah, wie viel... Äh, Digga, guck mal, wie viele Autos der hier hat, Leute. Gut, dass ich denen noch hinterher gelaufen bin. Das gibt's ja wohl gar nicht. Aber das ist ja wieder... Leute, guckt euch das an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Hinter mir war gleich noch ein Flugzeug. Da, drei, vierzehn, fünfzehn, mit Flugzeug, sechzehn Fahrzeuge. Also das ist ja wohl ein Ding. Guck mal hier, Leute. Da hat er uns hierher gelockt. Und wir sehen das jetzt gleich. Ja, da könnt ihr euch bei Nova bedanken. Ich sag da nichts mehr zu. Also wenn ihr da ein Auto braucht oder sowas, dann fragt die Nova. Aber er scheint anscheinend ein Autohändler zu sein. Ich bin sicher, der wird euch da noch ein Auto geben, Leute. Die Händler verkaufen nichts mehr, weil hier alles bei Nova steht. Weißt du, so nach dem Motto. Die Burg an sich sieht ja geil aus. Vor allem das Lustige ist, der läuft noch zu Fuß, obwohl er hier 20 Autos hat, ne? Der läuft die ganze Zeit noch zu Fuß, obwohl er so viele Autos hat, ne? Das ist ja verrückt. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen, ne? Leute, ihr seht selbst. Der gute alte Todesfalke. Da fliegt er schon. In die grüne Welt. Er kommt gerade aus dem Eisland. Noch durchgefroren. Hier nachher zerstört der Burg. Was ist da los? Die könnt ihr einnehmen. Also wenn Burgen irgendwie weggammeln oder so, ne? Ah, guck, da ist der G.I. So. Dann könnt ihr die natürlich auch dementsprechend übernehmen. Er spart ein bisschen Bauvorhaben, ne? Wenn man die bestehenden Burgen einnimmt, wo sowieso die Spieler nicht mehr spielen. Da haben sie selber Schuld. Aber es sei denn, man kommt halt an die Flagge ran. Wenn du nicht an die Flagge rankommst, hast du halt Pech gehabt. Hier, guck mal. Zu seiner Entlastung. Nova schreibt gerade, verkaufe Polizei. So auf 10K. Da kannst du nichts zu sagen. Als ob er das gesehen hat, dass wir gerade ihn gefilmt haben, ne? Und jetzt schreibt er quasi die Entschuldigung. Er verkäuft, ja? Ja, ihr seht selber. Also, ne? Wenn ihr da Autos haben wollt. Er hat noch genug. Wir haben es ja gerade gesehen. Und 10K ist auf jeden Fall günstiger, als wenn du es beim Händler kaufen würdest. Ja, so gegen Händler und sowas habe ich nichts. Können sie ruhig machen. Na, wem haben wir denn da? Da geht das schon wieder los mit den 1000 Fahrzeugen hier, oder was? Catch-on und Kambas. Na, was machen die denn da schon wieder, Leute? Da hinten ist auch noch ein Auto. Seht ihr das da oben links? In der Erde versunken. Vier Autos sehe ich jetzt. Vier Fahrzeuge. Das geht noch. Fünf. Quatt ist auch noch da. Okay, den hat er gerettet. Ah, jetzt ist er umgeworfen. Und er fliegt raus. Was machen die denn da, Leute? Voll der Stress mit den Autos da. Ach, wir sind hier bei diesem Hospital oder so. Bei den Krankenhausdingen hier. Da haben sie sich hier... So eine ganze Herberge eingenommen hier. Ja, können sie machen. Ist doch cool. Sieht ja auch schick aus, ne? Oh, da klemmt auch noch ein Mofa. Sag mal, was macht ihr denn da? Aber wieso kann er denn noch nicht einsteigen, oder was? Das sieht aus, als ob er sich mit dem anderen Auto paaren würde, Leute. Guckt mal. Oder dreht er gerade so ein bisschen durch? Kann das sein, dass er vielleicht so ein bisschen durchdreht? Warum versenkt ihr eure eigenen Autos so komisch? Verstehe ich nicht. Das Licht gefällt mir. Guckt mal, die leuchtet hier sogar. Cool. Sieht aus wie ein Mond, ne? Die andere Laterne geht nicht. Die einzige Laterne im Spiel, die geht hier, oder was? Ja, selber schuld. Also, wenn man so zuguckt, keine Ahnung, was die da machen. Aber das sieht ja ein bisschen komisch aus, ne? Wenn die da so ihre Autos selber in den Sand setzen, durch solche komischen Aktionen. Dann macht ja überhaupt keinen Sinn, darauf zu fahren, ne? Oder will er da hoch und dann aufs Dach springen mit dem Auto? Keine Ahnung. Würde ich aber mit einem Mofa, glaube ich, eher versuchen. Ich höre da noch ein Auto. Wer kommt da? Ach, der Falke. Du gehörst zu den Leuten. Tatsächlich. Guckt mal. Der hat das gleiche Abzeichen. Seht ihr das? Alle drei grün. Der gehört dazu. Wir haben hier eine zweite Borg. Oh, da läuft ein Hund. Guckt mal. Haben sich ein Wolf gelaufen, wa? Ups. Oh, den hat er da weggeschopst, wa? Oh, dann fliegt einer weg. Also die sind irgendwie die ganze Zeit beschäftigt mit ihren Fahrzeugen. Kann das sein? Ja, das Wasserflugzeug heißt nicht umsonst Wasserflugzeug, ne? Ja, ihr seht's. Die Leute können sich beschäftigen irgendwie. Also der gute alte Paul darf natürlich auch nicht fehlen. Läuft er hier mit Unterhose durch die Gegend, oder was? Oder bist du eine Pauline, Junge? Ne, das scheint ein Paul zu sein, ne? Ich denke mal, das ist ein Paul-Sternchen-Innen. Irgendwie so, ne? Nur die, sie, 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 sie ist. Freunde, dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, schon morgen wieder oder abends im Livestream. Und dann... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.